Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Heute haben wir eine Verheißung aus Jesaja, 65, Vers 17. So spricht der Herr. Ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. An die alte Welt wird niemand mehr denken. Was früher einmal war, wird für immer vergessen sein. Nichts anderes gemeint, als er will für uns, die wir Kinder Gottes sind, ewiges Leben geben. Und das heißt, wenn wir einmal im Himmel sein werden, dass wir kein Leiden mehr haben werden. Und das bedeutet ja auch, wenn wir gelitten haben auf dieser Erde, werden wir das nicht mehr wissen. Weil es wird kein Leiden da sein. Pure Freude, Frieden. Das, was danach, wo unser Herz sich eigentlich sehnt. Und ich glaube aber persönlich, dass hier auch gemeint ist, während wir sogar auf dieser Erde sind. Weil wir schon im Königreich sind. Weil wir Kinder Gottes sind. Aber denk selber darüber nach. Und ich hoffe, dass das dich irgendwie erbaut, dass du weiterkommst. Jetzt wünsche ich dir alles Gute. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020